Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel B.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Teils of Seria. In der letzten Folge haben wir die Gafferys Ruinen betreten. Ah gut, da habe ich nicht drauf geguckt, aber trotzdem möchte ich gesagt. Und ja, da scheint irgendetwas wichtiges zu sein, also gehen wir da auch hin. Ich habe gerade noch die Truppe umgehendert, aber ich merke gerade in einem der letzten Kämpfe hatten wir ja auch schon Edna und Layla, deswegen weiß ich nicht. Edna und Diesel, okay. Speichert, wir können das hier öffnen, alles ist gut und da wartet irgendwas. Und da ist ein riesiger Skorpion. Irgendwas hier doch mit haben oder Angriff. Art Verteilung. Mach mal Angriff da nur. Irgendjemand ist da anscheinend. Oh, eine Kugel, okay. Ach, wir müssen gar nicht genau für mich kämpfen. Gerber Iris Stein Tri, Helldive trifft in einem mysteriösen Hand auf einen Drachen. Er ist stark genug, um das Monster zu besiegen. Und da ist es weiter. Ich habe die Aufmerksamkeit. Und da ist es ganz wichtig. Ich habe die Aufmerksamkeit. Und da ist es sehr wichtig. Okay. Ehrlich? Das große Trocken, wenn das jetzt wegklabert. Ich habe das, was ich schon abgesagt haben. Rose? Hey, jedes Mal! Das zieht doch einfach ihren Spaß! Schwerdkämpfer-Augenklappe ein. Ah, okay, cool. Perfekt. So, und dann bist du noch hier, Kollege. Du bist so ein seltenes Piech, ne? 46, das ist nicht so stark. Du bist ein Unterloter-Skorpione, Herr Rion, der seine Wunden heilen kann. Beginne, indem du ihm einen Staatskrankreich zufließt. Ich dachte darauf, dass du angefühlt jederzeit abwehren kannst. Stell dich nicht einfach vor, wenn dein Leben lieb ist. Mit 5000 Angriff. Aber du bist anfällig gegen die Erde. So, komm mal her! Oh mein Gott, wir machen wir so ein Fertig, ne? Oh Gott! Oh sehr gut. Das macht er echt gut. Oh. Er hat mich voll an dem Behemot. Am Anfang hauen wir den voll weg. Dann macht er uns fertig. Und dann kommt er ganz hoch rein. Schau, komm her! Schau, komm her! Schau! Schau, komm her! Schau, komm her! Schau, komm her! Sehr gut. Da waren auf einmal alle AP weg. Das war sehr gut. Er hat noch voll viel AP übrig. Und dann einfach alles weg. Wie stark wir jetzt werden? Boah! Ja, da werden wir echt stark. Ja, da werden wir echt stark. Das Letzte ihres Steine. So, ja. So, ja. Das ist so schön. Das ist so schön. Aber es ist so schön. Das ist so schön. Das heißt, viele Menschen sind wie ein Glas oder was. Ich verstehe. Was ist das eigentlich? Das ist kein eigenes物. Ich glaube, ich habe mit verschiedenen Technikäu-Jüsten und eröffnet sich. Und das ist, dass wir die Zukunft der Vergangenheit haben. Ich glaube, Das war's für mich. Ich habe gesagt, was ich gut gemacht? Ich habe mich immer wieder auf den Kursen geschrieben. Ich habe mich nicht so geplant. Ich habe mich nicht so geplant. Ich habe mich auch nicht so geplant. Ich möchte mich auch auf den Kursen, Mikulio. Ich werde es mit dem Kursen. Ich werde es mit dem Kursen. Ich muss mich auch nicht denken. Ich habe eine gute Sälef und Kursen. wenn ich meine neue neuen titel für jeden da würde ich tatsächlich einer beziehung in der keiner der beiden beteiligt darüber nachdenken muss was die anderen bedeuten okay auch mehr art verteidigung kann man dann pushen solche speichern die skorpion ja ich habe welcher wollen es auch geschaffen hat war echt gut so er zwei angriffen wir haben gesehen es ist betreut jetzt anreifend die titel perfekt geklappt hat er an das hat irgendwie 9000 also abgezogen über 9000 so stark weil ich jetzt nicht gedacht aber okay nämlich da fehlt nur noch der eine typ hier der abenteurer dann nehme ich jetzt nicht jetzt wieder glättere und jetzt richtig in der annahme dass wir immer noch nichts über ihre steine eigentlich wissen mein wort ja eigentlich hingehen und mehr informationen darüber zu bekommen so wie ich das weiß kann man ja nicht so viel aus wir haben titel für mit wir bekommen aber wir haben nichts ausgefunden glaube ich da haben wir noch etwas hier ruhig so gollo den damen sind auch noch ein stück so viele bosse jetzt haben wir fertig gemacht so viele hp kohlen bekommen jetzt voll wichtiger geworden wenn man daran denkt dann hat die einzigen möglichkeit ist wie war an hp das war der ausnutzen ich kann es kaum erwarten bis hier zurück nach damen sehen in nähe komme und diesen komischen panther erledigen kann auch man schafft sich irgendwie der pinkes shirt das haben wir glaube ich schon lange geh weg oh gott was hier war ich denke mal irgendwie wenn ich sie berühre dann kommt irgendwie die prüfen oder so komischerweise wird er irgendwie nicht als quest verzeichnet bei rose sag ich mal das ist ja irgendwie so mein quest liste sag ich mal ich habe gesagt gut so bin ich gelaufen die monolith haben wir glaube ich schon oder es war eine decke ja mal da hoch ich habe vielleicht mal sagen dass ich schnell gekriegt haben wie zum beispiel hier leckere donut macht irgendwie immer noch nichts singen dieses wind dingen doch ganz schnell irgendwie bewegen auf feuerzeichen noch mehr schätze lines weg schwarze weste brauche ich nicht lieber schwanz sehr gut du kannst gar nichts weiter nach zwei ok ich glaube schieber ohren perfekt mein neun stil für etwa irgendwie bin ich sehr viel experimentiert weil da was die kostüme angeht als in anderen teams auf spielen da bin ich sogar zwei habe ich mich auch ein bisschen ausgelebt sagt nur epic center hoffentlich gibt es ja weihnachtsklamotten ist ja bald weihnachten in einer woche also um die künftige warte gehen wir noch mal hier ein eindeutig irgendwann übersehen wir wieder weihnachtsklamotten anziehen kann da gibt glaube ich gar keinen weihnachts oder wenn ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher weiß ich jetzt nicht glaubt mich mal schauen ob ich habe noch gar nicht nach welcher der playstation store wenn wir natürlich wieder alle kostümen uns umholen aber kann warten erst mal wenn wir uns erst mal um die ganzen content hier im spiel so und von wo bin ich jetzt gekommen bin ich jetzt jetzt rausgekommen ich glaube hier waren wir noch nicht oder war ich ja schon so hat er sich überraschenderweise aber jetzt glaube ich nix neues was ich auslösen kann wie immer ja ich mache erstmal alle in den quests weil ich nicht weiß wie lange sie verfügbar sind da ist ja immer so eine geschichte in den trends oft spielen in den quests nie so lange verfügbar sind so ab dem folie aber glaube ich und trend der tipp ist anscheinend nicht hier doritschwert und muss der brief noch mal ja super an marken zu übergeben warum sagst du mir nicht das wir müssen etwas finden wir ganz genau jetzt müssen wir erstmal abwarten ist wirklich schwer fest da kommen wir warten wir weiter in der großen kammer der brücke ach die haben aber ja stimmt der hat er gesagt aber ich habe den irgendwie mit diesen hirten typen verwechselt aber wir können zu erbrücken ach nee dieser eine bocke mein die war und wo diese riesige domäne war okay dass ich diese eine bocke in der nähe von damensee wir sagen wir können zurück nach damensee irgendwann schwer verkehrt ja aber nach bollodin weil vielleicht gibt es ja da auch neben kreis man haben wir uns noch gar nicht umgeschaut sind auch einige sachen zu erledigen ja oder nee kommt reich durch ja ich hasse ich wünsche mir euch mal echt in jedem rollenspiegel finden wie so eine art flucht sei ja dann kann ich auch wieder auskriegen es wird kurz vor der fünf jetzt sind ich glaube nicht dass ich trinieren muss wie letzten boss sie waren jetzt nicht so schwer gott mein hals bringt mich um ich nehme viel zu lang auf habe ich das gefühl aber ich habe zu wenig getrunken keine ahnung jedenfalls wird mein hals so an das wird er sich so zusammenziehen nicht gut spätestens wenn ich irgendwie so rede dann wird man wahrscheinlich ja mein hals ist weg ist einfach so weg oh mein wo ist denn der dingens hier ausgang aha oha oh mein gott ich verzweifte mich ja immer weiter hier ich hatte mal das im speichern und der dort speichern und finden genau keine habe ich hier noch mal raus ich möchte mit sprechen und als abkürzung oder idee sehr gute idee daraus hier erst mal im gasthaus ausruhen das bestimmt wieder neues gibt also teuer aber ich habe es ja 2000 galt aus dem fenster geworfen vorstelle was steht und mich mit nehmen ques bitte sagen wir noch dies oder Ja, ich habe mich mit dem Herrn-Jürgen vorgelegt. Ich bin nicht der falsche Irte. Der Herr-Jürgen ist eine Krankheit und ein Schmerz. Hä? Der Herr-Jürgen? Ich habe keine Angst zu haben. Ich werde mich mit dem Herrn-Jürgen durchleiten. Wie? Du? Hahaha, ich habe mich mit dem Herrn-Jürgen geflogen. Ja, ich bin auch der Sprecher, Maru. Ich kann mich nicht sehen. Ja, du bist der Sprecher. Ich bin der Sprecher, Sprecher zu sehen. Ich verstehe, aber es ist gut. Sprecher zu kämpfen, die Sprecher zu leben. Es ist ein einzigartiger Mensch zu verstehen, dass es ein einzigartig sein wird. Ah, ah, ah. Es ist egal, dass der Herr Schauspieler sein soll. Dies ist der Herr Schauspieler. Komm, was wir mit ihm? Wir sind mit ihm, was wir mit ihm. Was wir mit ihm mit ihm? Ah … have you confiance? So … ... … First of all, … … … … … … Ah... ... ich weiß, das ist ein eigenes Arzt, oder? Und der bin ich! Dieser Hitte, der bin ich, und da ist noch eine Quest. Ich habe einen gesehen, einen echten Dreckskerl! Einen echten Dreckssiegel in der Aida-Höhle! Woku, ist das eine Leidung? Ist das eine Hülle? Ja. Ja... Es ist aber auch ein starker Begegnung. Es ist ein gefährliches Hülle. Ich will ihn töten! Ich will den Exeo geben, oder? Der Exeo ist ein Vorbereitung. Ich glaube, es ist gut, oder? da war man ja schon da war heftig da drin dann also mama wenn ich dann mach mal feierabend macht ich feierabend heute und wo mein hals aus und eben dann noch fünf parks auf einer höhle ok hier ist sicher bereich was weiß ich das einzig wo wir sind teleportieren können da war so am ende ja da muss es sein schmeichern war weil sie ein das ist irgendwie so am tiefsten drin in der ganzen höhle jetzt wissen wir ja stark genug sein um jetzt überleben wieder so einen guten super angeführt so gut platzierten ausführen ist ja was ja auch zu schaffen sein da ist irgendwas da liegt einfach glaube ich habe gespeichert also ich verstehe schon da stehe schon meine unsichtbarkeit wo ist er jetzt da komm mal her warte die so ich habe da machen schall wie entsteht schall durch bewegung und ich glaube so ist richtig schnell wie weit kann ich mich näher ich hoffe ich habe den sommer von getroffen ich vermute dass mein schlechter schritt da weiß wenn er nicht hoch genug gelabelt ist was das fichert ehrlich Was? Das ist ein Tatsache. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht schön. Schwächelfeuer! Na ja. Ich hab keine Dinge. Damit ich nicht verramt! Es hat einen Knack zu vertreten. Er ist ein Knack zu vertreten. Was ist denn das? Das Clam ist ja. Fitts in Town Appel. Also da noch was von Wegplan. Er hat sich noch einen Knack zu machen. Wir sind auf dem 5. das ist ein wenig der 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 Warte! Verdammt! Du warst betreut! Ich wollte gerade noch meine Mysticard einsetzen. Aber ich muss vergessen. Oh ja. Wie lange noch so geil? Warte! Wie lange dort sind Sie? Wenn Sie die Flute der Spunnen. Wilkommen Sie? Zabuch. Warte! Warte! Es kommt nicht mit so einer langen Rede am Ende des Parts. Okay, okay. Es ist ein Lieblingsmutter. Ich sage es nicht, aber ich kann mich nicht sagen. Es ist eine Stadt von Godo-Gin. Godo-Gin? Es ist eine Stadt der Leidung. Aber es gibt es, glaube ich. Das ist von 3 Jahren. Ich verstehe. Ich gehe jetzt in die Stadt. So, gucken wir uns auch noch an. Eck, viele Hirten versammeln sich am Schrein Smaotelos. Sie fahren einen neuen Hirten. Doch, es gibt immer nur einen Hirten. Wer sah echt aus wie Sori? Wie gerade in dieser Abenteurer als Frauenhirte gewesen oder so, ne? Ja, aber die unsensiblen Flege. Das war schon wieder mehr, Pedro. So, zweimal noch wenig, aber egal. Langsam, aber sicher. Cool, dann haben wir auch unsere gute Tat getan. Können wir bald hingehen, wo wir wollen. Okay. Dann werde ich den Part hier beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Tests of Zestiria. Ich bedanke mich alle, dass ich für die Zuschauer und sage, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ups, oder? Ich freue mich, ich denke mal. Ciao.